... ... ... ... ... ... ... Knossia, wie geht's dir heute? Ach, wie süß, sagte du. Bist der beste YouTuber, du bist die beste, ich mag dich auch, Christian. Reis? Hatte wird wohl mein Tag okay, er kommt noch, wie du, morgen. Aber du, ich habe endlich mal, warum hast du denn in FC 2025? Also ich finde, du bist super, du bist toll, aber da muss ich lachen, bis du mir helfen, dann hilf mir nur Einkehr hier auf. YouTube aber frag ihn mal, warum ich, den du bist coole Typ bist, und schlauer, weil der beste bist du, du bist richtig netter. Klar ne, du bist ein richtiger, dann frag meine, und ich sag so, ich finde aber frag dich mal dein komisch, ohne mich im Habe. Ah ne, dich noch meine Zuschauer mal dort eine, ich bin cooler und sauer mache gerade mein Thema, hat das halt Bigo-Kanal ich hatte. Mal ein, du bist, ah Leute, wie hast du, und ich versuche, du bist ein netter Kerl und cooler, wenn du mal eine kleine Falle tut. Mir im also, ich finde, du musst mal jetzt mal in mein Ich habe was vor, ich finde, du musst mal nochmal nachdenken, mal ins Bett kaufen, oder meine Zuschauer mal was bitte, Klassikerwitze, hör mal jetzt mal. Aber, Leute, ich habe Alexa. Aber er hat heute am Lieferung Du bist cool, aber, ich frage dich mal woher, ja? Ich bin, du bist, und cooler, mit der coole heute, im Wohnzimmer fahren, frage ich, denke, du bist ein netter. Ich bin total froh darüber, aber, dann frage ich, was du nicht mal, innen. Zwei Wochen Urlaub nur für eine Frage, aber ich komme, ich mag dich so sehr gerne, du bist wirklich cool mit dir, cool mehr. Und du bist, und ja, äh, bei ich und in sie Vielen Dank.